Genau das sind die wichtigen Sachen, dass man sich dann wieder überlegt, für was mache ich das überhaupt, die ganze Blogerei und dass man sich dann vielleicht auch wieder vor Augen hält, was hat sich denn schon verbessert, wie schaut es aus, mein Schlafverhalten, oder komme ich meine Enkelkinder jetzt wieder am Spielplatz nach, oder kann ich mir die Schuhe wieder selber zubinden? Hallo beim Getting Alive Podcast, dein Podcast für eine Reise zu einem ausgeglichenen Leben. Hier ist dein Reisebegleiter, Daniel Friesenecker. Servus beim Getting Alive Podcast. Ich bin allerbester Laune, das hat einen Grund. Ich bin in Fastenwoche Nummer 7 jetzt angekommen. Es sind über 15 Kilo weg bis jetzt. Wenn das nichts ist, dann weiß ich es auch nicht. Und da passt es ganz gut, dass ich mir heute die Jutta Diesenreiter ins Studio eingeladen habe. Sie ist die Programmleiterin bei Medical, nämlich dem Programm, das ich die ganze Zeit durchführe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Podcast-Episode hat so ein bisschen was mit Faulheit zu tun, weil ich relativ häufig Messages und Nachrichten bekomme rund um Tipps, was jetzt meine Ernährung angeht, was das mit dem schnellen Abnehmen zu tun hat und so weiter und so fort. Und jetzt könnte ich euch das erklären oder diejenige, die es wissen muss, nämlich die Programmleiterin, genau in dem Programm, wo ich ein Jahr jetzt mal mindestens gefordert bin, aller Voraussicht nach natürlich auch in der Nachsorge dann noch dabei bin. Und wir bringen heute Licht ins Dunkel. Warum ist das, was ich da tue, zwar einerseits radikal, auf der anderen Seite medizinisch alles safe und auch deutlich über die Ernährung hinaus eben begleitet. Es geht um Psychologie, es geht um Verhalten, es geht um Bewegung, es geht natürlich auch um Ernährung. Und ja, die Jutta Diesenreiter hat mit mir gesprochen über meine Erfahrungen, die ich da mit einbringen kann und natürlich auch über die Vogelperspektive zu dem Ganzen, weil das alles ist ein medizinisches Programm. Das ist alles erprobt, das ist alles höchst seriös und wissenschaftlich fundiert und darum freut es mich eben sehr, dass sie gekommen ist und eben genau erzählt, um was es bei MediKAL geht. Auf geht's! Hoher Besuch bei mir im Studio. Die Jutta Diesenreiter von MediKAL sitzt mir gegenüber. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo Daniel, danke für die Einladung. Wie man ja bei mir am Blog und auf Instagram nachlesen kann, fahre ich ja im Moment gerade recht große Erfolge beim Gewichtverlieren ein und da seid ihr ganz wesentlich beteiligt an der ganzen Geschichte. Ich wollte die heute einfach gerne in der Sendung haben. Ich werde im Moment mit ganz, ganz vielen Ratschlägen ausgestattet von meinem Umfeld, von Followern, von Leuten, die halt sehen, was ich da tue. Und ich wollte die Gelegenheit nutzen, dass wir einfach einmal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und nämlich auch zeigen, dass das eh was Gescheites ist, was ich da mache. Und ja, ich bin jetzt bei MediKAL in der sechsten Fastenwoche. Ein Teil, also auf drei Teile in Wirklichkeit geteilt ist das Programm. Aber erzähl mal, was macht ihr mit mir da gerade? Ja, Daniel, also es freut uns einmal, dass du erfolgreich gestartet bist. Du befindest dich, hast du jetzt selber gerade gesagt, in der Fastenphase. Die dauert eben zwölf Wochen und das ist eben eine Phase, wo man keine normalen Lebensmittel oder Speisen zu sich nimmt, sondern rein über Formularnahrungen ernährt wird. Und wie geht es dir damit, vom Hungergefühl her zum Beispiel? Also ich habe tatsächlich seit Beginn überhaupt kein Problem. Gar kein stimmt nicht. Die erste Nacht war furchtbar und der erste Tag war furchtbar, weil offensichtlich der Zuckerentzug, so zumindest meine These, wo ich einfach Entzugserscheinungen gehabt habe und einfach gemerkt habe, okay, es geht gar nichts. Und in Wirklichkeit ab Tag zwei ist es kein großes Thema. Natürlich, wenn mein Sohn neben mir sitzt und sich beim Footballspiel seine Nachos einpfeifen darf, ist es da und dort schon so, dass man sich denkt, na, früher hätte ich da hingeriffen und war ganz gut. Aber im Wesentlichen, ich bin leistungsfähig, ich habe keinen Hunger, ich komme gut durch die Tage und bin motiviert in Wirklichkeit über jeden Gang, der auf die Waage halt irgendwie geht. Genau. Also diese Formularnahrung, mit der wir arbeiten, die ist eben deswegen so gut geeignet, weil du ja total gut versorgt bist mit allen Nährstoffen, ob das jetzt die Makronährstoffe sind oder die Mikronährstoffe. Und was eben auch wichtig ist, ist, dass die gut sättigen diese Formularnahrungen und das macht eben der hohe Eiweißanteil da drinnen. Weil es geht schon um das, dass wir schauen, dass eben bei dir gar kein Hungergefühl aufkommt, wenn es geht. Weil das sind dann die schwierigen Phasen, wo man vielleicht unkontrolliert wieder zu irgendeinem Essen greift. Diese Formularnahrung, so ehrlich bin ich auch, die ist nur Mittel zum Zweck. Ja, also das ist nicht was, was wir dann dauerhaft weiterführen im Programm, sondern die dient wirklich einmal, ich nenne es jetzt immer, dass man bei dir so wie, dass du die Möglichkeit hast, einen Reset-Button zu drücken. Dass man mal sagt, dass man das Ernährungsverhalten einmal komplett stoppt und unterbricht. Weil in deinem Bereich, in dem Übergewicht, wo du dich halt befindest, tut man sich, glaube ich, schwer mit diesen normalen Empfehlungen. Wenig essen, kleine Portionen, wenig Zucker. Das hat ja nicht funktioniert vorher, sonst war es, glaube ich, nicht bei uns aufgetroffen. Genau so ist es. Also ich habe eine bewegte Geschichte hinter mir, die sich in Wirklichkeit 20, 25 Jahre irgendwie zurück in der Vergangenheit gebildet hat. Und empfinde es auch im Moment tatsächlich als dieser Reset-Knopf. Und das ist für mich jetzt einfach diese Linie, der alte Daniel, der neue Daniel. Und der erste Tag der Fastenphase war in Wirklichkeit der Beginn des neuen Daniels. Also so habe ich es für mich einfach irgendwo festgelegt. Und diese Fastenphase, so ehrlich sind wir auch, da findet eben schon einmal die große Gewichtsabnahme statt. Und das ist aber auch für die, glaube ich, als Teilnehmer wichtig, weil wir müssen schauen, dass ihr motiviert dabei bleibt. Und wenn da nicht am Anfang einmal gescheit was runtergeht, dann verliert man halt auch die Energie oder die Motivation. Aber wie gesagt, es ist nur Mittel zum Zweck. Und langfristig dann, das wirst du dann eh sagen, in weiterer Folge oder wirst du auch im Podcast berichten immer wieder, geht es ja dann eher um diese Veränderung der Lebensstilfaktoren. Wie kann man die Bewegung einbauen in den Alltag? Wie schaut es denn wirklich aus mit dem Kochen, mit dem Einkaufsverhalten? Aber das kommt ja dann noch. Jetzt haben wir ja immer, also ich erlebe es auch bei meinen anderen Mitstreitern und wenn man halt dann in der Gruppe so spricht und es haben alle recht ähnliche Erfahrungen, was das Umfeld angeht. Weil da kommt natürlich schon auch, jetzt war Ostern, es waren jetzt auch verschiedene andere Feiertage, die jetzt vielleicht in einer christlichen Kultur nicht so gelebt werden. Aber irgendwie haben wir alle so ein bisschen die Erfahrung gemacht, naja, da kann man ja mal eine Ausnahme machen und jetzt ist ja Ostern und dann verzichst du halt einmal zwei Tage auf die Sackling. Oder auch solche Dinge, die mir auch gesagt worden sind, naja, iss, wann du Hunger hast und nicht, weil wir ja auch zeitlich ein bisschen schauen müssen, dass das in sinnvollen Intervallen unterwegs ist. Wir Teilnehmer wissen, dass wir das auf keinen Fall machen sollen. Was sage ich diesen Leuten, warum das nicht gescheit ist, was Sie mir da gerade sagen? Also ich kann da jetzt natürlich nur Vermutungen anstellen, weil ich selber noch nie eine Fastenphase über zwölf Wochen durchgeführt habe. Also das muss ich jetzt auch einmal zugeben. Aber unsere Psychologen, Psychologinnen zum Beispiel, die sagen auch, dass es schwieriger ist, wenn man einmal eine Unterbrechung dabei hat, dass man dann wieder so gut reinkommt. Weil so, wie du gesagt hast, und ich kann mir das ja nur annähernd vorstellen, das ist schon eine totale Heldentat, glaube ich, dass ihr da zwölf Wochen dabei bleibt und nichts anderes essen könnt. Also das ist uns auch bewusst, dass das eine Herausforderung ist, aber auch eine total große Leistung, dass man das, glaube ich, dann auch zusammenbringt. Und es sollte ja, ich glaube, es geht halt auch ganz viel über die psychische Ebene. Es gibt ja dann nach Beendigung der zwölf Wochen dieses traditionelle Fastenbrechen, wo ihr auch in der Gruppe dann gemeinsam was essen würdet. Und das ist ja dann ein totales Highlight. Und das ist ja auch geschmacklich gesehen, muss das ja eine Geschmacksexplosion sein, weil ihr jetzt von der Salz- und vor allem Zuckersensibilitätsgrenze so weit obergesetzt worden seid, ihr seid dann auch so ein Super-Taster. Also ihr seid super Schmecker wieder. Also ihr seid vom Geschmackslevel dann, sonst hat man nie die Möglichkeit, dass man sich einmal so weit oberfährt. Und deswegen, uns ist bewusst, dass natürlich so Feierlichkeiten schwierige Zeiten sind. Wir haben ja Gruppen, die vor Weihnachten starten, also wo man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Aber das funktioniert genauso gut, wie wenn ich jetzt im Frühjahr starten würde mit einer Gruppe. Und ja, wie gesagt, wir können nur das immer weitergeben, dass man keine Ausbrecher macht, weil es mit jedem Mal schwieriger wird. Jetzt besteht ja dieses gesamte Programm nicht nur aus Fasten und ich tue jetzt zwölf Wochen Sackerl und Shakes konsumieren, sondern es geht ja darüber hinaus. Es geht nämlich deutlich darüber hinaus. Nämlich im Wesentlichen auf vier Säulen. Erzähl ein bisschen was zu den Säulen und wie das zusammenspielt, weil das war letztendlich das, wo ihr mich gerückt habt, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist das erste Mal, wo ich nicht aufs Abnehmen reduziert werde, wo ich nicht auf dem Sport reduziert werde, sondern wo deutlich mehr dahinter ist. Also wir richten uns dann nach den Adipositas-Leitlinien, nach den medizinischen. Und die geben, also wir wissen laut aktueller Studienlage, dass nur ein Programm mit verschiedenen Disziplinen, eben bei uns ist eben die Medizin, durch einen Arzt, die Psyche durch Psychotherapeutin oder Psychologin, die Bewegung durch eine Physiotherapeutin und das Ernährungsverhalten eben durch eine Diätologin. Also wir wissen, dass nur so interdisziplinäre Programme erfolgreich sind und auch nur dann, wenn diese Programme ein halbes Jahr oder ein Jahr oder länger laufen. Also das war es mal ja. Und darum sind wir, bei uns ist das auch gewachsen, wir befinden uns jetzt im zehnten Jahr von Medikal und die Programme sind ehrlicherweise auch gewachsen. Es waren am Anfang, waren es vielleicht ein wenig anders aufgestellt, aber wir wissen jetzt, was geht gut, was hat sich bewahrheitet und wo hat man was umstellen müssen. Die Medizin ist ganz wichtig, die muss auch dabei sein, weil eine Fastenphase, die länger wie 21 Tage dauert, darf nur medizinisch begleitet werden. Also da waren wir überhaupt im unsicheren Bereich, also das geht einmal gar nicht. Also die haben einen ganz wichtigen Part, vor allem eben jetzt, hast du viele Termine bei der Ärztin, nachher dann in der Stabilisierungsphase, Umstellungsphase ein bisschen weniger, aber da ist sie auch nicht so körperlich indiziert. Wichtig ist eben von den Therapeutinnen, vor allem die Bewegungstherapeutin, also der ganze Bewegungsbereich, weil das haben wir schon gesagt, in die Form der Nahrung haben wir viel Eiweiß drinnen. Das führt eben dazu, dass auch wenig Hungergefühl aufkommt, aber was ja noch ganz wichtig ist bei uns ist, wir wollen ja, dass du richtig abnimmst, Daniel. Wir wollen nicht, dass du ganz viel Wasser und Muskelmasse verlierst, weil dadurch senkt man sich immer den Grundumsatz, dadurch kann man das Gewicht nachher auch nicht halten, nach einer erfolgreichen Gewichtsabnahme, und dann ist man eben in diesem Jojo-Effekt. und der Bereich, der am meisten stundenmäßiger eingeteilt ist, ist eben der Bewegungsbereich und darum turnen sie ja fast jede Woche mit einer Physiotherapeutin und da wird eben darauf geachtet, dass durch das zugeführte Eiweiß in den Formulernahrungen eben die Muskelmasse auch gut bespielt wird und man kann nur dann zugeführtes Eiweiß in die Muskulatur einlagern, wenn man sich gleichzeitig bewegt. Also deswegen greift das, so wie du gesagt hast, schon eins in eins und das ist einmal ganz wichtig für die dauerhafte, richtige Gewichtsabnahme. Dann wissen wir eben, dass die Verhaltensdeckung so wichtig ist, weil halt alles, gerade Essen, Ernährung, Einkaufen, Kochen, ganz viel mit der persönlichen Essbiografie zu tun hat, wie bin ich es gewähnt die letzten 30 Jahre und das ist ja wahnsinnig schwierig, da irgendein Verhalten umzustellen. Also das tagtäglich, ich erzähle mir die Geschichte mit diesen tausendmal erfolgreich umsetzen, die Ernährungspsychologen sagen immer, man muss eine Veränderung im Ernährungsverhalten tausendmal positiv durchleben, bis man dann ansatzweise nur die Chance hat, dass das automatisch wird. Und wenn man sich überlegt, wir essen dreimal am Tag, dann muss ich ein Jahr lang dabei bleiben und ich sage dann immer, dann müssen wir, wenn ich den Kühlschrank aufmache noch ein Jahr, müssen wir automatisch das Radieschen anlachen und nicht der fette Käse oder der Speck. Also darum sind die Psychologen natürlich gefordert und die Diätologinnen, ich bin selber vom Grundberuf auch eine Diätologin, wir sind dann dafür da, dass man dann Tipps und Tricks, wie schaut es dann im persönlichen Ernährungsalltag aus, wo kriege ich Essen her, wie sind meine Fähigkeiten. Das heißt nicht immer, dass man alles selber kochen muss, aber man kann auch Tipps geben, wo kann man sich außer Haus was Adäquates besorgen. Jetzt geht es mir im Moment sehr gut mit all diesen Themen und ich sehe aber schon auch durchaus in der Gruppe, dass nicht alles so geht. Jetzt bin ich offensichtlich, das war mir auch nicht bewusst vor dem Programm, als Mann in einer ein bisschen besseren Ausgangssituation, weil das Fett da offensichtlich ein bisschen schneller abgebaut wird. Das ist etwas, was man auch in der Gruppe immer wieder dann auch untereinander hört. Auch wenn man sich anschaut, ich meine, ein Kollege von mir ist jenseits der 150 gestartet und hat gestern gesagt, er hat jetzt 20 Kilo abgenommen in die fünf Wochen, wo er durchaus einen zu schnellen Start auch hingelegt hat. Das heißt, die Möglichkeit, in einen Durchhänger zu kommen, ist ja durchaus gegeben, auch wenn wir auf 800 Kilokalorien am Tag zurückgefahren sind im Moment. Wie ist jetzt aus der Gesamtsicht von euch, habt ihr Möglichkeiten, da nochmal zu unterstützen oder muss man dann auch einfach sagen, okay, das ist halt jetzt die körperliche Gegebenheit, du funktionierst halt anders wie dein Kollege und gerade so das motivatorische Thema am Beginn, habt ihr da Möglichkeiten noch einzugrenzen, weil ich meine Wunder, werdet ihr auch keine vollführen können? Nein, also ich hoffe, wir versprechen nichts, was wir nachher nicht halten können, aber so Daniel, wie es du richtigerweise schon angesprochen hast, jeder Körper ist anders, jeder Mensch verstoffwechselt anders, natürlich je höher das Ausgangsgewicht ist, desto mehr Gewicht kann diese Person abnehmen. Zu diesem Vergleich Männer-Frauen habt ihr halt ein bisschen den Vorteil, was ich als Frau auch ein bisschen ungerecht finde, dass ihr von der Biologie her halt einen höheren Anteil der Muskelmasse habt und deswegen auch einen höheren Grundumsatz habt und deswegen natürlich ein höheres Energie- zusammenkriegt, praktisch ein tägliches und deswegen auch schneller oder besser abnimmt wie vielleicht die Frauen. aber ich sage immer, das sind Gegebenheiten, die wir ja nicht wegreden können und da muss man sich halt auch damit beschäftigen und sagen, das ist halt so oder wenn wer einen schlechteren Stoffwechsel hat oder gerade eine größere Belastbarkeit oder auch der Stressfaktor spielt zum Beispiel mit. Also wir wissen, dass ja, wenn jetzt eine Person in einem recht einen Stress hat, dass er schlechter oft in der Fettverbrennung ist. Aber das sind so Faktoren, die wir versuchen im Team abzufedern. Du hast gesagt, was kann man machen? Wir haben Teamsitzungen, wo sich das Team dann speziell mit dem Einzelnen auseinandersetzt und überlegt, was könnte man da hilfreich machen. Aber es ist halt, ich meine, Übergewicht ist eine chronische Erkrankung, die ja nicht nur im Äußerlichen jetzt sichtbar für uns ist, sondern da ist ja oft noch ganz viel Geschichte dahinter. Und wir sind ein Gruppenprogramm, wenn wir jetzt sehen würden, dass ein Teilnehmer, der hat einen großen Rucksack zu tragen, was ja nicht selten vorkommt, dann muss man vielleicht schauen, ob man den noch irgendwo anders hin vermitteln kann, wo er zusätzliche Einzelbetreuung zum Beispiel hat, gerade jetzt in der Verhaltenstherapie. Das fällt mir jetzt zum Beispiel ein. Oder man nimmt sich einmal eine Einzelstunde bei einer Diätologin und bespricht einmal, was kann man da noch machen. Also das kann ich gleich abfedern. Natürlich versprecht sie ja zumindest in meinem Erleben nichts, was dann nicht passieren kann. Aber es ist natürlich da und dort ist es jetzt einfach was, was man mitbekommt, dass halt tatsächlich jetzt noch fünf Wochen da und dort halt ja vielleicht auch die Ambitionen höher sind, als jetzt der Körper reagiert. und dementsprechend hatten wir schon einzelne Phasen, wo halt dann wer gesagt hat, das ist gerade sehr zart und das ist auch vor allem vom Kopf her belastend. Also ich habe auch das Gefühl generell bei uns in der Gruppe im Moment, dass wir körperlich alle weniger das Thema haben, sondern dass wenn es wo zart wird, dann ist es tatsächlich der Kopf. Gleichzeitig aber ist dann auch der Kopf der wieder motiviert, wenn halt dann die Leiberl und die Hosen wieder passen, die halt seit Jahren nicht mehr gepasst haben. Ja, da sind wir natürlich alle ein bisschen unterschiedlich, was das Thema angeht. Ja, aber vielleicht ist das eh schon ein guter Tipp auch für deine Mitstreiter, dass, also ich glaube, genau das sind die wichtigen Sachen, dass man sich dann wieder überlegt, für was mache ich das überhaupt, die ganze Blogerei und dass man sich dann vielleicht auch wieder vor Augen halt, was hat sich denn schon verbessert? Wie schaut es aus mit dem Schlafverhalten oder komme ich meine Enkelkinder jetzt wieder am Spielplatz nach oder kann ich mir die Schuhe wieder selber zurbinden? Also ich glaube, diese Sachen, die dann ja fast wieder normal werden in Woche fünf oder sechs, die man sich schon wieder gewöhnt, das könnte man wieder ein wenig hervorholen und überlegen, ja, schau, das habe ich schon alles geschafft und, ja, aber dass es natürlich anstrengend ist, also das, ja, das kann ich nicht wegreden, ja. Passt ja, wir dürfen ja auch lernen aufgrund dessen, was wir halt davor über Jahrzehnte falsch gemacht haben, weil, wie du gerade gesagt hast, wahrscheinlich liegen die Ursachen für mein Übergewicht irgendwo 35 Jahre in der Vergangenheit und auch, wir hatten gerade gestern Gruppenabend auch wieder mit Verhalten, wo uns auch die Psychologin gesagt hat, Leute, das Thema Gewohnheiten, reden wir bei Adipositas von drei bis fünf Jahren, bis das wirklich eingeschliffen ist. Es wird natürlich weniger Disziplin notwendig sein, diese Gewohnheiten zu erhalten, aber richtet euch darauf ein, dass ihr nicht repariert seid nach zwölf Wochen und das Ding ist erledigt und ihr seid durch. Und das finde ich aber einen recht angenehmen Zugang, weil ja diese ganzen Sackerlkuren, die es so gibt am Markt und mit diesem Vorurteil war ich ja auch da und dort konfrontiert, auch über meinen Instagram-Channel, auch über Facebook, dass man halt dort jetzt irgendeine Kur macht und dann schreiben einen Fitnesstrainer an, die einem erklären, dass das absolut ungesund ist, was man da jetzt gerade tut. Vielleicht auch nur mal so ein bisschen zu dieser Nahrung und auch dieser Fastenphase. Du hast das eh gesagt, das ist was Radikales, was wir da tun. Wenn da jetzt wer draufkommt, das selbst machen zu wollen, wie sehr muss man Stopp schreien an der Stelle und wie gefährlich kann es werden, wenn man das auszuhalten, wenn man medizinischen Begleitung macht. Ja, also da gibt es ganz eindeutige Meinungen dazu im medizinischen Bereich. Also der Unterschied ist immer, mache ich wirklich ein totales Fasten, also wo jetzt gar kein Lebensmittel zugeführt wird oder mache ich zum Beispiel so ein Mahlzeiten- Ersatzprogramm, wo ich sage, ich sehe einmal am Tag und nehme halt zwei so, nennen wir es jetzt einmal so eiweißreiche Shakes von irgendwelchen Firmen oder Anbietern. Da ist ja, da sowas kann ich vielleicht eher nur alleine machen, ein totales Fasten wird immer abgeraten und darum, also wenn man jetzt sagt, man macht sowas nur drei bis fünf Tage, wenn man sich über das Internet ein paar Produkte von irgendeiner Marke bestellt, dann wird man auch noch nicht ganz viel verkehrt machen. Ich darf mir immer anschauen, aber ich weiß nicht, ob das für ein Laienrecht möglich ist. Was ist denn drinnen in so einem Fastenprodukt? Also ich glaube, man muss sich schon ein bisschen auseinandersetzen, ist da ein Eiweiß drinnen und wie viel Gramm zum Beispiel, da muss ich aber dann wieder wissen, wie viel Gramm Eiweiß brauche ich denn überhaupt. Es gibt oft so Fastenkuren nur mit Gemüsesäfte, Obst, Gemüsesäfte, wo überhaupt kein Eiweißgehalt drinnen ist und von sowas wird ja allgemein abgeraten. Also das kann ich schon mal zwei Tage machen, dass ich sage, ich tue meinen Darm einmal halbwegs entleeren oder ich will ihn durchreinigen oder das hat ja oft was Spirituelles auch mit diesen Entschlackungszeiten aber alles was länger wie ein paar Tage geht, muss man medizinisch begleiten und ich glaube man muss sich immer anschauen, wie gesund bin ich denn vorher? Also wenn ich vorher jetzt natürlich in einem Übergewichtsbereich bin, wo jetzt unsere Teilnehmerinnen in den Jahresgruppen sind, da können wahrscheinlich auch zwei bis fünf solche Fastentage schon zu radikal sein. Wenn ich aber normalgewichtig bin und gesund bin, keine Begleiterkrankungen habe, wenn ich keinen Diabetes habe, wenn ich keinen Bluthochdruck habe, dann wird das mein Stoffwechsel wahrscheinlich eher aushalten. Also ich war da sehr vorsichtig immer und ich glaube ich kann es jetzt nicht so generell beantworten, aber man muss also nur was, ich glaube die Frage, was man sich noch stellen kann ist, warum machen die Leute das? Aus welcher Absicht heraus? Und wenn natürlich dann eine rasche Gewichtsabnahme im Vordergrund steht, naja dann ist sowas kurzfristiges sowieso eher zum Scheitern verurteilt. Wenn ich aber sage, ich würde es jetzt eben aus einer spirituellen Sichtweise heraus machen, dass ich mich von irgendwas reinige, dass ich mich von irgendwas verabschiede, dass ich, ja dann kann man sowas wahrscheinlich, wenn ich gesund bin, auch für ein paar Tage alleine machen. Aber darum haben wir uns eben für ein sehr gutes Produkt entschieden. Es gibt ja nicht viele Produkte am Markt, mit denen man das machen kann, also es gibt ja nur eins für uns, wo man das zwölf Wochen lang mit euch durchführen kann und wir begleiten das medizinisch. Ich glaube, das ist ja die ganz wichtige Botschaft dahinter, dass das alles fundiert ist. Ich mag jetzt auch im Podcast nicht so sehr auf diese ganzen Studien und das Zahlenmaterial eingehen, das ja bei euch auf der Webseite auch abrufbar ist, stellen wir natürlich in die Shownotes zu dieser Ausgabe. Aber was ist denn jetzt wirklich realistisch drinnen? Ihr habt ja relativ hohe Erfolgsquote, das sieht man ja auch an den Zahlen, ich meine, das Programm gibt es zehn Jahre, ich bin im Jahrgang 36, also wahrlich nicht am Beginn von dieser ganzen Geschichte. Was ist jetzt drinnen nach so einem Jahr? Du meinst jetzt gewichtsmäßig, was kann man abnehmen? Ja, was kann man abnehmen und auch in Hinsicht auf Veränderung. Ihr seht ja da auch, dass sich Menschen verändern in dem Jahr. Muss auch sein, ist ja auch Ziel. Natürlich kann man es nicht verallgemeinern, das ist mir klar, jeder ist unterschiedlich, aber was sind so die Dinge, die ihr in der Regel über den Durchschnitt geschert irgendwie seht? Also wir sind ja ein medizinisch- wissenschaftliches Programm, also wir haben eine Datenbank, wo alle Teilnehmerinnen erfasst sind, wo eure Labordaten erfasst sind, also wir sind, das steht wirklich auf supertolle Füße, muss man sagen, und da haben wir eben auch eine Auswertung. Und jetzt gerade haben wir die Auswertung von der Jahresgruppe 1 bis 30 gemacht, und darum kann ich da jetzt aktuelle Zahlen mitbringen, und da ist zum Beispiel die durchschnittliche Gewichtsabnahme von diesen über 700 Teilnehmerinnen, die wir da drinnen haben, liegt bei 27 Kilo. Das ist der Durchschnitt. Das heißt, da gibt es natürlich jetzt einige wenige, die auch mehr abnehmen, und einige wenige, die weniger abnehmen, aber der Durchschnitt von 27 Kilo, das finde ich, das ist schon mal beeindruckend. Du hast auch schon erwähnt, und ich habe es auch schon mal angesprochen, dass wir sind ja ein Programm, was sich eben ständig weiterentwickelt. Wir haben Sachen gesehen, die nicht funktionieren, und wir sehen auch, was funktioniert. Und wir sehen auch, dass auch ein Jahres, ein Einjahresprogramm oft zu wenig lange ist. Das klingt jetzt komisch, weil ihr werdet froh sehen, wenn ihr es nach dem Jahr einmal nicht mehr sehen werdet. Aber wir haben ja auch praktisch im Jahr danach, also im zweiten Jahr, ein Nachsorgeprogramm auf die Wege gestellt, und da sehen wir eben, die Leute, die auch in das Nachsorgeprogramm gehen, die sind auch eher erfolgreich, das langfristig zu halten. Uns würde ja immer interessieren, sind die Leute nach drei Jahren, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren erfolgreich, aber da kriegen wir kaum selten Daten, weil wir die Leute nicht mehr reichen. Und wir haben ja auch nur, wir haben ja keine Datenbank, wir können nicht auf irgendein öffentliches Medium zugreifen. Das heißt, wenn die Leute verzieren, eine andere Telefonnummer wird, erwischen die ja gar nicht mehr. Das heißt, wir können nur erfassen, am Ende vom Programm, am Ende des zweiten Jahres und am Ende des dritten Jahres machen wir so, wir nennen das Follow-ups, wo die Leute wieder zur Abwage kommen, zur Körperfettmessung. Und da sehen wir halt, die Leute, die da auch das Nachsorgeprogramm machen, oder die halt auch dann insgesamt drei Jahresprogramm machen, die sind am meisten erfolgreich. Wenn du mich jetzt so fragst, was sind so punktuelle Sachen, ja, sicher auch wieder, dass man zum Beispiel ein bisschen mehr selber kocht, dass man das Einkaufsverhalten reflektiert, von den anderen Therapiebereichen, dass man wieder Spaß an der Bewegung hat. und wir bieten ja auch in unserem Gruppenprogramm auch, dass man mal in ein Fitnessstudio gemeinsam geht, weil da oft eine große Scheu ist, dass man einfach einmal Geräte kennenlernt. Es gibt nachher welche, die sich dann wo einschreiben in der Heimatgemeinde. Also das ist eben so, uns war wichtig, dass wir nicht nur das Jahr durchspülen mit euch und euch da gut begleiten, sondern uns geht es auch viel darum, was können wir euch mitgeben für Tools oder für Maßnahmen, die ihr dann nachher auch erfolgreich in eurem Leben umsetzen könnt. Wir werden es ja über das Jahr hinweg immer wieder begleiten. Also ich hoffe, es war nicht dein letzter Besuch bei mir im Studio in dem Jahr. Wir stehen am Anfang, haben auch bewusst gesagt, schauen wir mal, dass wir so in der Mitte der Fastenphase irgendwie mal einen Einstieg finden zu dem Thema. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und vor allem jetzt einmal mit vielen Dingen aufgeräumt hast, die mich immer wieder irgendwie in Richtung Erklärung treiben haben müssen, weil in Zukunft kann ich sagen, hört es im Podcast, da kriegt es aus kompetentem Mund und nicht von mir. Ja, schön, dass du da warst und bis bald. Lieber Daniel, ich sage danke für die Einladung und es war mir eine Freude und viel Glück weiterhin. Dankeschön. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann hinterlass jetzt eine Fünf-Sterne-Bewertung. Vielen Dank für deine Unterstützung. Mehr zum Podcast findest du unter www.gettingalive.net 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 www.gettingalive.net